Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Burnout Revenge! Endlich! Stufe 10! Wir sind quasi am Ende, Leute. Aber was heißt am Ende? Es wird wahrscheinlich trotzdem noch 1000 Parts geben, weil Stufe 10... Ach du Scheiße. Oh Gott! Wir müssen einfach nochmal überall hin. Ja gut. Traffic Attack! Ja, hört sich doch gut an. Oh, warte. Oh, ob das jetzt so schlauer hat, den genommen zu haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal schauen. Ach, nur noch eine Stufe, Leute. Und dann ist das Spiel vorbei. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, wenn es vorbei ist. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie keinen Bock mehr drauf habe oder sowas, sondern... Wir haben erst Burnout Dominator komplett durchgeballert. Jetzt komplett Burnout Revenge. Es ist genug Burnout für mich langsam. Es ist wirklich genug Burnout für mich. Das könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir glauben. Aber gut. Noch ist es ja nicht so weit. Noch haben wir... Unseren Spaß hier, hoffe ich doch. Ich hoffe doch, dass wir unseren Spaß hier haben. Ich sehe gar nichts. I saw nothing. Ich crash einfach nur irgendwo rein. Und hoffe, dass ich irgendwas treffe. Jawoll! Da habe ich den Bus erwischt. Und nochmal den Bus erwischt. Ja, nice. So, wir stehen auf jeden Fall schon mal kurz vor... Kurz vor Bronze. Wir haben Bronze, übrigens. Also da ist Traffic Attack ist bis jetzt echt nicht wirklich schwer. Da habe ich mir unter Stufe 10 jetzt aber was anderes vorgestellt. Da waren die vorherigen Traffic Attacks immer übler. Hey, 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 okay. Da bin ich mal kurz ein bisschen abgehoben. Das passiert schon mal. Aber nur weil wir ja natürlich jetzt Stufe 10 sind und keine Sterne mehr brauchen, heißt das nicht, dass ich hier... Ui, ei, 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 ei. Das ist natürlich nicht, dass ich hier versuche, das Bestmögliche rauszuholen, ne? Natürlich das Bestmögliche rausholen. Und wenn es Gold ist... Also Silber sollten wir definitiv noch hinkriegen. Da sehe ich eigentlich kein Problem mit. Da sehe ich eigentlich noch kein Problem mit. Gold wird dann schon wieder eine andere Sache. Aber Silber sollte tatsächlich easy sein. Oh Gott, ich sehe nichts. Ah, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Einfach durchballern, einfach durchballern. Schön durchballern. Ich baller hier halt wirklich durch. Oh Gott. Das war halt tatsächlich sehr gut durchgeballert. Okay. Das gefällt mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert? Nein, 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 nein. Nein, nein, komm schon, komm schon bald. Steh wieder auf, Junge. Oh nein. Warum steht denn hier keiner? Ich lasse mein Leben. Ah, Gold wäre eigentlich so hart drin gewesen. Aber egal. Dann ist es halt nur Silber. Dann ist es halt nur Silber. Schade. Egal. Geschafft ist geschafft, Leute. Seht so. Gut. Zeit. Ich bin schon erfolgreich. Vielen Dank. Und wir gehen in Angel Valley und machen das Crash. Silicon Valley. Okay, ich bin gespannt. Crash stelle ich mir jetzt mir aber wirklich schwer vor. Crash muss jetzt reinhauen. Das muss jetzt ein Schlag ins Gesicht sein. Sonst bin ich ein bisschen enttäuscht bis jetzt von Stufe 10. Ja, 4 Millionen. Ja, ist schon einiges. Och nein, das ist wieder der Schwachsinn. Och, ich erinnere mich. Das ist ja wieder derselbe Kack wie eben. Aber das heißt wie eben. Wie vor ein paar Parts. Das ist halt wirklich derselbe Schwachsinn. Oh, das habe ich auch nur mit Glück geschafft. Das weiß ich noch. Ja, da muss ich wieder meinen Stock nehmen. Weil der Stock war halt super leicht, ne? Höhe, der stand schwer. Der ist schwer. Das ist aber auch nicht der Stock, den ich immer benutze. Oh, das sieht gut aus. Holy shit. Nicht schlecht. Ich habe nur leider den Gegenverkehr absolut nicht getroffen. Das ist natürlich ein Problem. Scheiße. Okay, nochmal neu. Aber das war schon ein guter Sprung. Das war tatsächlich ein guter Sprung. Nur leider habe ich den Gegenverkehr einfach durchfahren lassen. Das war natürlich nicht der Sinn der Sache. Okay, vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, ja, ja. Sah definitiv besser aus. Warum fährt denn der Gegenverkehr einfach weiter? Alter, ich bin da gerade voll reingekrascht. Ein Bandicoot habe ich da reingemacht. Das gibt es ja gar nicht. Okay. Ich muss es halt schaffen, beide Seiten zum Crashen zu bringen. Oh Gott. Ah, je, je. Das ist gar nicht schreckend. Das war ja grottenschlecht. Grottenschlecht war das. Okay, die Playstation macht sehr, sehr komische Geräusche. Oh ja. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Jawoll. Nice. Die fahren nämlich jetzt auch alle rein. Jetzt muss ich halt nur noch irgendwie... Jawoll. Nice. Nice. Okay. Ach komm. Ich wollte gerade schon sagen, mir fehlt so wenig für Silber. Dankeschön. Wenigstens etwas. Und neun Millionen. Und neun Millionen? Ja, die zwölf Millionen schaffe ich nicht mehr, oder? Aber vielleicht nochmal mit einem Crashbreaker, wer weiß. Nein. Schade. Knapp, wieder an Gold vorbei. Aber mit Silber bin ich immer zufrieden. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja, warum nicht? Dann können wir ja direkt jetzt ins nächste einsteigen. Ich habe gerade mein Handy, so. Mein Handy liegt da vorne. Auf meinem Schreibtisch. So, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal in Angel Valley, weil da haben wir noch ein Road Wage. Warum nicht? Warum denn nicht? Oh, jetzt habe ich den Wagen genommen, mit dem ich nicht so gut klarkomme. Ich bin Road Wage. Ah. Ah. Ob das jetzt so schlau war, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein. Aber mal schauen. Was? Nur neun Take-Ons für Bronzer? Das ist ja echt wenig. Das ist mal nicht mal 15 oder sowas. Wie habe ich das Gefühl, dass Stufe 10 so eine Fun-Runde ist. Kann das sein. Bis jetzt war hier noch nicht schwer. Oder sonst irgendwas. Ich bin zwar nirgendwo gegen gefahren, aber ich nehme das einfach mal so hin. Wenn die das sagen, wird es schon richtig sein. Komm ich doch. Hallo, Kollegen. Tschüss. Oh nein, da kam ein LKW gerade raus. Ich habe es genau gesehen. Ach, dammit. Und ein Bus. Und ein Bus. Jawoll. Oh Gott, oh Gott. Da habe ich mega Angst vor den scheiß Mülltonnen. Da habe ich miese Flashbacks. Miese Flashbacks. Und die Flashbacks kommen wieder. Ach, nee. Ach komm, der Anfang war so gut. Ich kann doch jetzt nicht nachlassen. Boah, der war schön in der Luft weggetacklet, ey. Der hat Raupi mal kurz Tackle eingesetzt hier. Gibt ja der gar nicht. Ja, Braun, das ist schon mal safe, ne? Easy. Scheiße, da habe ich mich weggetacklet. Da habe ich aber den nächsten dann getacklet. Oh Gott, was ist gerade passiert? Hilfe. Wo bin ich? Was tue ich hier? Ah, okay. Verrecken. Gut zu wissen. Boah. Jetzt sind wir beide da reingefahren. I'm sorry. Oh Gott. Oh Gott, wollte ich hierher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube definitiv nicht. War es das? Nee, jetzt war es noch nicht. Jetzt war es. Ja. Das kann ich dafür, wenn die mich direkt im Gegenverkehr rauslassen. Aber direkt im Gesicht eines Wagens. Aber wahrscheinlich habe ich nur einer für Silber gefehlt, ne? Egal. Ist ja egal, ist ja egal. Das passiert schon mal, das passiert schon mal. Aber ich würde sagen, wir können eigentlich weiter machen. Oh Gott. Eie, eie. Memory Card, alles klar. Ähm, wo ist denn, äh, Crash würde ich jetzt gerne wieder machen. Door not destroy. Okay. Alles klar. Weil ich habe ja schon mal gesagt, ich wollte das eigentlich mal so abwechselnd machen, aber habe es irgendwie nie gemacht. Und jetzt denke ich mir so, für Stufe 10, können wir das mal machen. Okay, 6 Millionen. Ach, das war das schon wieder. Durch den Donut. Ja, I remember. I remember. The day to remember is that. Ja, ja. Da nehme ich auch wieder meinen, äh, meinen Stock, würde ich sagen. Mit dem komme ich übelst gut zurecht mit dem Stock. Wo ist er denn? Ich glaube, ich bin schon weit vorbei, ne? Ja. Jetzt nehme ich auch mal meinen richtigen Stock. Ne, das ist auch nicht mein richtiger Stock. Na, ist egal. Ja, ich will es einmal eine gute Runde. Wir sehen uns an dem nächsten Bad. Oh Mann, ey. Was ist denn los mit mir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich stand unter Druck. Ich habe diese Rampel gesehen und dachte mir so, nein, 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 nein. Ich will mal meinen richtigen Stock. Den, der, das ist mein richtiger Stock. Alter, die... Lichtreflexionen waren gerade ziemlich strange. Okay, wir fliegen nicht durch den Donuts, aber wir fliegen schön da und vorbei. Wir fahren einfach an allem vorbei. Wir brauchen schon Crash, wenn man einfach durchfliegen könnte. Kein Mensch. Der Boden auch. Schau euch den Boden an. Sieht man das jetzt wieder? Ne, jetzt ist es okay. Der Boden hat ja richtig merkwürdig vibriert. Oh ja. Ja. Aber ich fliege viel zu weit. Ich fliege irgendwie... vollkommen zu weit. Oh, scheiße, ey. Oh, scheiße, ey. Okay. Okay. Ja. Ja. Genau das wollte ich. Und das ist mein voller Ernst. Ich wollte den Donut mitnehmen und damit alle zu crashen. Also, dass ich quasi da reinfalle. So, Bronze ist safe. Bronze ist safe. Silver ist auch safe. Und ich glaube, 6 Millionen mal Gold, oder? Jo. Easy. Easy Gold. Easy Gold. Easy. Wirklich. Also, ich muss sagen, bis jetzt ist Stufe 10 mit einer der nettesten Stufen, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte, Stufe 10 wird mich zerstören. Bis zum letzten Tropfen Blut. Aber nee. Nee. Stufe 10 umarmt mich gerade. Gibt mir Küsse. Und ich denke mir so, okay. Von mir aus. Vielleicht denken die sich auch, wir haben den jetzt genug gequält. Wir wollen ja jetzt mal was Gutes tun. Kann ja auch sein. So, auf geht's mit dem Rennen. Mal schauen, ob es mit dem Rennen auch so gut funktioniert. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir, glaube ich, schon 5 Events oder sowas heute geschafft. 5 Events. Das ist eine Menge. So, hallo, kollegen. Okay, tschüss. Hilfe. Oh Gott, 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 oh Gott Das hätte ich jetzt einfach akzeptieren sollen. Aber ich konnte und wollte nicht. Eieiei, wo bin ich? Ich bin auf jeden Fall Erster, sehe ich gerade. Keine Ahnung wie. Oh nein, nein, nicht schon wieder das hier. Oh nein. Miese Flashbacks. Oh Gott. Nein. Schon wieder. Warum bin ich nur so ein Mensch? Warum denn? Was denke ich mir denn dabei? Denke ich ernsthaft, dass das eine gute Idee ist, was ich hier tue? Anscheinend. Warum? Ich weiß es nicht. Ach komm. Den kriege ich. Zack. So, jetzt aktiviere ich die Scheiße aber nicht. Danke. Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin eigentlich nirgendwo hängen geblieben. Tschö. So, was geht bei euch da vorne, Jungs? Wahrscheinlich viel. Oh, fuck. Einen kriege ich. Den zweiten... Ah, knapp verpasst. Warum passiert mein Kollegen das eigentlich nicht? Eieieiei. Das habe ich tatsächlich gerade nicht kommen. Oh Gott, wollte ich hier unten lang? Ich weiß nicht. Manchmal verstehe ich die. Verstehe ich es aber auch nicht. Ich sehe auch gerade, ich bin nur vierter. Das ist ja eigentlich ganz hause geil. Alter, ich fahre aber auch gerade einen Ranz zusammen. Das ist ja auch nicht von dieser Welt, ey. Und ich glaube, hier kommt auch gleich schon das Ziel. Komm schon, kann ich nicht noch Platz drei oder so irgendwie überholen? Hä, schon wieder? Da ist einfach gar nichts. Hä, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Na, vierter will ich nicht werden. Schade. Schade. Okay, jetzt kommt tatsächlich mal eine Sache, wo ich sage, okay. Das habe ich jetzt nicht beim ersten Mal direkt auf Gold oder Silber geschafft. Sondern das ist mal wirklich eine Sache, wo ich sagen kann, okay. Dann muss ich nochmal neu starten. Ja, ist ja gut. Habe ich auch kein Problem mit. Ist so blöd, dass es gerade das letzte Event ist, was ich eigentlich heute machen wollte und jetzt der Part wieder ohne dich in die Länge gezogen wird. Aber ist ja egal. Ich habe einfach sofort instant Crashbreaker aktiviert und habe einfach alle weggeholt. Das Spiel kommt gar nicht so schnell hinterher, so schnell ist wirklich Crashbreaker. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich sehe doch nichts. Oh Gott, ich sehe doch nichts. Oh Gott. Äh, fahren wir oben lang. Alter, ich muss aber gerade ehrlich sagen, ich war ein bisschen von mir begeistert. Ich bin ja gefahren wie ein Gott. Und das meine ich wirklich ernst. No. Nö, nö. Nur fahren wie ein Gott bringt halt absolut nichts, weil du halt sofort wieder ins Letzter Erster bist, habe ich gut gesagt. So, erste Runde ist vorbei. Ich würde sagen, das war eine richtig geile erste Runde. Und damit meine ich eine wirklich geile erste Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, fahren wir wieder unten lang. Habe ich jetzt kein Problem mehr mit. Außer ich mache so eine Scheiße. Da gebe ich aber zu, da war ich selbst entschuldigt. Hä, da, jetzt, da war ja auch nicht, da war wieder einfach gar nichts. Och man, Leute. Ich verstehe es manchmal nicht. So, wir sehen uns in der Hölle. Da hinten. So, ich war wieder oben lang. Ich glaube, hier oben lang war eigentlich ziemlich chillig. Hier oben lang gefällt mir tatsächlich sehr gut. Da war auch einfach überhaupt nichts. Aber gut, ich bin trotzdem erster. Hier sie. War zwar knapp, aber ey. Ja, so einfach hätte es sein können eben. Aber ich war blöd. Ja, gebe ich so. Gut. Ich habe noch ein Wagen vergeschaltet. Habe ich gerade richtig gelesen. Wir haben meine 5 Sterne. Auch wenn ich keine Sterne mehr brauche. Ja, dann gucken wir uns doch kurz schnell den neuen Wagen an. Ja, 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 ja. Speicher du mal. Speicher du mal. Dankeschön. Den Prototype R205 GT. Der sieht sogar ziemlich geil aus. Der sieht halt richtig geil aus. Vielen Dank. Zwei Revenge-Takedowns in einem Rennen. Krass. Auch dafür vielen Dank. Auch wenn es mir überhaupt nichts bringt. Aber gut. Mach mal so. Okay. Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.